hallo und herzlich willkommen hier ist der hier ist der baumschien symbol auto 2012 mit schluck auf dieser thomas world gameplay möchtest du wirklich diesen spielstand laden hierher das will ich nicht aufdrücken oder ok heute machen wir irgendwas ich schau mal noch mal was man so machen können letztes mal haben wir was haben wir gemacht ich weiß gar nicht mehr irgendwas hingestellt oder ich glaube schon ok wir gucken wir haben 7000 die kaltfräse brauchen wir kaltfräse ok wir gucken mal wie viel die kostet wenn euch das video auch gefällt da hoch machen wisst ihr ja schon ne und übern abo freue ich mich auch genauso sehr da freue ich mich genauso sehr wie so ne domino genauso sehr so wow alter dann fahren wir mal zum händler jetzt schauen wir mal wieviel die fräse kostet 7000 haben wir jub 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 ich wollte eigentlich abbiegen hier rein genau ok so jetzt schauen wir mal kaltfräse wo sind die ah das ist das da hinten oder und den betonmischer haben wir auch noch da genau 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 der kostet scheiße 10.000 fuck ok pritschenfahrzeug warum ist der orange ist der besser als wie der will ich den jetzt kaufen oder ist das geld weg äh wieviel kostet der ding 5000 dann machen wir lieber das drückt mal F dieser fahrmischer dient zum transport des frischbetons vom baustoffhändler zur verarbeitungsstelle über einen ausfahrbaren arm mit düse kann der beton präzise an die gewünschte stelle entladen werden die rotierende fahrmischertrommel verhindert eine entmischung des frischbetons genau ich kann es sofort einsetzen sehr schön cool jetzt brauche ich nur noch die kaltfräse und dann kommen die orangenen dran so fahr wieder raus so hier reinfahren gott so wo ist der betonmischer ich will ihn sehen ich will ihn sehen ich will ihn sehen da ist er wow alter cool was kann denn der alles achso 8,9 was hab ich jetzt mal ich hab nichts gemacht achso da dreht sie automatisch wenn man sie einsteigt okay was ist F hä muss ich das für stehen Kuh naja hä was ist das ist das ist das ist das ist das ist das doch ey hallo ist ja lustig ist ja voll das Spielzeug karussell willkommen hier auf dem volksfest okay hör auf ähm das wird's peinlich so jetzt fährt er wieder ein miau sehr geil ist ja geil hallo 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 jetzt äh jetzt tun wir hier mal hallo mal tanken hallo 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 oh Gott das war's gar nicht hallo 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 so jetzt steigt mal aus hä so jetzt nehmen wir den Auftrag hm oh der Hammer hier äh Aufstellung auf dem Spielplatz Aufstellung das haben wir ja letztes Mal gemacht hier Aufstellung von Klettergerüsten auf dem Spielplatz machen wir das annehmen im ersten Schritt musst du das größte Bauteil am Hafen abholen damit du nicht in die Verlegenheit kommst den Mobilkran danach zu Fuß abholen so ein bisschen wäre es ratsam als erstes das britische Fahrzeug auf einen Weg zum Einsatzort zu bringen dann müssen wir mit diesen den Mobilkran abholen tsch tsch äh pfff pfff äh mit dem britischen Fahrzeug aha na ok na vorma da ist mein britischen Fahrzeug wo sind die überhaupt ach da hinten ja genau na 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 ah da hinten na ok ha 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 sooo wie ist ja blöd wir machen das so ich fahrs aber ein Stück immer mit dem Mobilkran dann mit dem Ding Mobilkran mit dem Ding da 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 so na ist auch blöd oder Moment mach ich das jetzt am besten wo muss ich hin am Hafen ne also ah ja genau es liegt genau auf dem Weg ok dann machen wir es so wir nehmen jetzt alles mit alle beide und fahren einfach so stückchenweise und fahren einfach so stückchenweise steigen wieder aus und steigen im nächsten ein und fahren mit dem Stück so geht's auch so geht's auch muss es ja machen irgendwie das ist kommt das gleiche drauf drauf raus da so dann fahren wir mit dem ein Stück weg so bisschen um Umweg aber egal bin mir noch besser als sonst irgendwie hier so aussteigen hinlaufen einsteigen und fahren das muss jetzt so machen sonst hat's keinen Sinn sonst hat's keinen Sinn oh Gott so Mobilkränchen so weiter mal müssen sie mit dem Tieflader abholen Moment transportiere den Hauptteil des gläht ach mit dem Tieflader Tieflader ach man zurück ach leck mich doch am Ding na gut das habe ich ja schon die Hälfte da stehen aber fahren wir mit dem Tieflader hin ok die Aufgaben sollte ich mir auch durchlesen das wäre sinnvoll und dann kann ich hier dieses Britschen Fahrzeug mitnehmen mit dem Tieflader oh man das gibt's doch nicht wo ist jetzt der Tieflader achso da hinten oh man ach das gibt's doch nicht uff toll darf ich da hinfahren erstmal ich muss erstmal zum Tieflader selbst hinfahren da hinten wo ich das letzte Mal hingestellt habe oh man ok machen wir's das sind eh keine da da hinten und dann muss ich mit dem Tieflader zum Hafen ah ok okay haha aber nicht schlecht ich hoffe das geht was ich jetzt da gleich vorab alter mit dem britischen Fahrzeug erstmal auf den Tieflader ach das geht dann so ok ok der Tieflader steht links oder? ok der Tieflader steht links oder? ok ok dann lassen wir mal von dem Tieflader die Dinger runter na pfff 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 pff 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 So. Und dann fahren wir mal los. Mit dem Tieflader. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das sah nur. Oh, bitte, bitte. Okay. Das klappt ja schon. Ah, nein, nein, nein. Oh, beinahe. So. Dann fahren wir jetzt zum Hofen. Genau. Aber an der Ecke stelle ich den Ding ab. Das Spritschenfahrzeug. Dass ich da nicht den ganzen Weg dorthin fahren muss. Das wäre noch schöner. Oh Gott. Wenn der runterfliegt, ne? Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, okay. So geht's schon. So, vorne an der Ecke runterladen. Da muss ich nicht den ganzen Weg dorthin fahren. Geil. Äh, ne, dorthin. Dort. Hä? Was jetzt? Jetzt geh ich überhaupt nicht raus. Ah, ja, doch. In der Mitte, genau. Uah, lala. Also, geht doch in die... Mensch. Also, nächste, äh... Kreuzung runterlassen. Weil ich muss ja dorthin dann. Genau. Spielplatz. Gerüst. Gecheckt. Genau, ich hole ja nur mit dem Tieflader das Ding ab, da am Hafen. Sonst nix. Dann fahre ich hier wieder zurück. Und dann kann ich ja laufen bis dorthin, bis zur Ecke. Genau. So, so mach ich's jetzt. So, mach ma's. Jawoll. So. Hier stellen wir ihn ab. Genau. Hier beim Händler. In der Nähe. Sehr schön. Runterlassen. Schön. Runter. Einsteigen. Runter. Aussteigen. 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 Gut. Und hoch machen. So. Jawoll. Ja, geht doch. Äh. Ne, fahre ich da hin. Hier da. Wenn wir schon da sind. Hm. Was soll's. So. So. Okay, da fahren wir hier dann rechts hinein. Richtung Hafen. Höfen. Ähm. So. Genau. Huh, passt genau. Sehr schön. Passt doch. Okay. Und weiter geradeaus. Oh, der will gleich sehen. Hm. Eins läuft nicht. Ein Schiff. Ein Schiff. Fährt das richtig? Nee. Aber egal. Ein Schiff. Aber guck mal das Wasser an. Boah. Bewegt sich sogar überall. Okay. Oh, oh, oh. So. Ist hier ein Tier? Nein. Schade. Schauen wir mal, welches Gerüst das ist. Ach du Scheiße. Dieses Gerüst. Puh. Oh mein Gott. Na. Huh, ist aber geil. Ah ja. Dieses Gerüst da. Okay. Ja, schön, ne? Ja, was jetzt? Ach so, rückwärts, ne? Oh. Da, tada. So. Oh Gott. Irgendwie, äh. Hm. Ja, hallo? Was ist jetzt? Hä? Hallo, ich steh doch drüben. Ah, da. Äh, äh. Da. F. Zack. Du musst erst die... Oh, nee. Oh, leck mich. Jetzt darf ich das erst runter tun und dann nochmal hinfahren. Ach, Mann. Sorry, wenn ich immer schimpfe, ne? Aber es ist meine Art. Die feine englische Art. Nichts gegen dem Spiel, ne? Aber liegt an mir. Aber es grüßt die Keiler. Geil aus. Wie in echt. Wie in echt. Cool. Na gut. Dann bringen wir doch mal das für die kleinen, kleinen Kinder zum Spielplatz. Und dann gibt's ein paar Lötcher. Kinder sind stolz auf mich. Die mögen mich. Hm. Hm. So. Bö, 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 bö. Hm. So. Hier reinfahren. Oh, ganz präzise. Jawoll. So. Ah, hier kommt's hin. Okay. Okay. Dann stellen wir den jetzt da ab. Aufstellung von Klettergerüsten auf den Spielplatz. Bringe jetzt den Mobilkran in Position. Hebe das Klettergerüst vorsichtig von der Ladefläche. Und bringe es mit dem Kran an die vorgesehene Position. Okay. Hallo, aussteigen. Gut. Dann laufen wir jetzt zu unserem... Äh, pfff. Wie heißt das? Hm. Ding. Jetzt hab ich das vergessen. Ah ja, Pritschenfahrzeug. Genau. Muss erst mal gähnen, damit da wieder Sauerstoff da reinkommt. Ins Gehirnchen. Hm. Warum fahren hier denn keine... Da ist Werbung. No Limits Fairground. Flughafen-Feuerwehr-Simulator. Und die Sonnenstrahlen. Oh, No Limits Fairground. Und... Und Chirurgie-Simulator 2011. So. Was gibt's da? Style in Lounge. Und da? Virtual Reality Star Force. Hm. Geil. Und das da ist? Schröder-Juwelier. Und das ist Wiss. Hm. Pfff. Genau. Finanzierung-Center, Wiss. Pfff. Bösen, bösen Wiss. Was ist da? Wir schaffen Klarheit. Okay. Ja, ich schaff auch Klarheit. Wiss. Visual Imagination. Da vorne ist auch gleich der Mobilkran. Genau. So. Einsteigen und losfahren. Los, 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 los. Ab geht's. Zum Mobilkran. Denn der wartet schon. Was ist denn hier? Nee. Ähm. Mobilkran. Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Da ist er doch. Da hab ich ihn hingestellt. Okay. So. Genau. Okay. Alles klar. Dann fahren wir jetzt hin. Jetzt geht's rund. Ist er gleich da. Haben wir's nicht so weit. Aber der Tank, ne? Oh Gott. Wenn ich das seh, ne? Ist so schlecht. Hier reinfahren. Ah. Gott. Langsam. So. Gut. Stützen. So. Okay. Äh. Oh Gott. Hilfe. Die Scheiße. Zwei ist ausfahren, genau. Äh. Oh Gott. Achso. Das ist das. Okay. Jetzt verstehe ich. Gut, gut, gut. Drei, drei. So geht das. Okay. Noch weiter. Haha. So. Drei. So geht das. Jawoll. Ja. Jetzt rüber, rüber, rüber. Hopp. Nein. Einfahren. Moment. Drei. Die zwei. Jawoll. Jawoll. Du hast das Klettergerüst richtig positioniert, hole jetzt mit dem Tieflader die restlichen Bauteile im Hafen und bringe sie zur Baustelle. Okay. Machen wir doch. So. Das steht schon mal. Tieflader. Da. Ja. Ja. Ganz toll wieder. Äh. Ja. Moment. So nicht. So ja. Okay. So, geradeaus, 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 diesmal dauert es keine 3,4 Stunden, weil jetzt haben wir es ja gleich, wenn wir nur noch zum Hof fahren und speichern und ja, genau, speichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Sprit ist da alle. Oh, 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 bitte. Wohin da? Fuck, fuck, fuck. Hm, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ah, Moment, vielleicht kann ich ja am Hafen ja tanken. Das wäre jetzt die Lösung, was ich aber nicht glaube. Ich glaube nicht, dass ich das noch hier hinkriege. Tanken. Doch, tanken, da ist die Tanke. Oh Gott. Tanken. Komm, bloß hinfahren, schnell. Oh. Schnell, 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 schnell. Ich muss donken, donken, donken. Tanken. Lass mich durch. So. Okay. Oh, Gott sei Dank. Gerade noch geschafft. Können wir gleich ganz auftanken. Genau. Das brauchen wir ja sowieso jetzt. Ne, 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 ne. Chuppi, chuppi, du. Jawohl. Okay. Bäh. Mensch. Muss das sein. Okay. Das da jetzt. Ja, und, was jetzt? Ist das nicht grün, oder? Wie jetzt? Hallo? Was ist denn los hier jetzt? Wird doch grün. Oh Mann. Ah, jetzt. Ah. Ah ja, das ist der Kreisel. Ich bin ja einmal gefahren. Jetzt glaube ich das Kind, du. Was war das jetzt? Oh ne, bitte nicht. Oh, Mami. Oh. Okay. Oh Gott. Ich darf schon, der bleibt wieder hängen. Ich komme heute schon noch hin. So, das ist, äh, das Ding da. Dieses Kreiselteil. Das da hinten ist die Rutsche. Okay. Und das ist der Spielplatz. Naja, besser als gar nichts, ne? Eigentlich hätten Kinder noch mehr verdient. Als noch eine Schaukel und... Ne, wenn die mal eine Schaukel ist dabei. Äh. Protestieren hier. Oh, das kommt noch. Vielleicht. Dann. Ne, glaube ich nicht. Ne, dann ist es vorbei. Das reicht dann schon. Das kostet ja alles Geld. Mein Sprit muss auch einer zahlen. So ist es nicht gut. Baparapapam. Hier reinfahren. Liegt da unten Müll? Ist das Müll? Ne. Okay. Hier sind wir. Ich bringe jetzt das erste Anbauteil an die vorgesehene Position. Okay. So. Ne, wir parken da vorne. Ist mir zu gefährlich hier. Moment. Oh Gott. Ja, ich versinke in Sand. So. Oh, Vorsicht. Das sind die Treppen. Gutes Willen. Okay. Oh, perfekt. Perfekt. Okay. Dann. Cha, cha, cha. Äh. Null. Genau. Okay. Okay. Dann die drei. Okay. Okay. Runter, 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 runter. Jawohl. Bring jetzt das zweite Anbauteil hin. Zack. So, das ist das da. Oh Gott. Das Wien mag nicht. Geil. Geil. Okay. Im letzten Schritt muss nur noch das Karussell an die Position gebrocht werden. Achso, ja. Runter. Äh, drei. Okay. Juhu. Ich hab Geld. Okay. Wieder einfahren alles. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wow. Wow. Zack. So, alles geht automatisch. Genau. Okay. Peinlich, aber egal. So. Dann fahren wir jetzt zum Pritschenfahrzeug. Ich muss ihn was bei ihm finden. Ah ja, genau. Davor fahren. Jawohl. Aber was ist denn jetzt los? Oh. Hallo. Ja, hupf wieder ein wenig. So. Ist aber gut, dass er hüpft, weil... Wenn er hängen bleibt, dann braucht man das ganze Spiel nicht abbringen. Sogar ein Vorteil. So. Jetzt hier rein. Okay. Runter. Alles klar. So, jawohl. Zum Pritschenfahrzeug. Und dann ab nach Hause. Ist er noch ein bisschen... Hallo? Fahr weiter. So. Und parken wir das hier hin. Sehr schön. Down, 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 down. Down, 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 down. Und nach Hause. Huch. Rückwärts. So. Jawohl. Jetzt haben wir den Spielplatz auch gemacht. Cool, oder? Hm. Beim nächsten Part schauen wir mal, was wir da machen. Bin ich schon mal gespannt. Was wir da machen. Okay, auf jeden Fall. Hier ist der Tank voll. Machen wir mal weg. So. Achso. Das kann man ja tanken. Ganz genüsslich. So. Auftanken. Machen wir schnell noch. Okay. Speichern. Zack. Gameplay. Speichern. Jawohl. Okay, das war's dann hier vom Baumaschinen Simulator 2012. Dann zeig ich mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. angers. nochmal. venidos.